Hier haben wir die Bar. Hier ist das All-Inklusiv, was man alles holen kann. Das Personal ist sehr nett. Und hier sehen Sie die Halle, wo haben Sie Leute sitzen. Und das All-Inklusiv ausnutzen bis zum Entfernen. Hier wird gesoffen bis zum Exemplar. Hier sind wir dann direkt in der Halle und dann in der Rezeption.